autofahren liebe zuschauerinnen und zuschauer autofahren das heißt nicht nur sich einfach von punkt a zu punkt b bewegen autofahren das heißt auch spaß haben an der mobilität spaß machen hier in dieser wunderschönen landschaft hier in der südlichen eifel und dazu herzlich willkommen liebe zuschauerinnen und zuschauer zu einer neuen folge hier in diesem fall mit dem neuen bmw z4 roadster der klassische englische roadster das heißt zwei sitze kurzes stummelheck langer vorderwagen so wie das jetzt auch hier beim neuen bmw z4 der fall ist dieses fahrzeug ist eine kooperation zwischen bmw und toyota also ein halber japaner ein halber oberbayer den wir hier vor uns sehen bei bmw ist es der roadster also das offene fahrzeug die offene version der z4 und bei toyota ist es der toyota gt supra beide stehen auf der gleichen boden gruppe einmal als coupé und einmal als roadster was zeichnet jetzt einen roadster aus in erster linie einmal wie sie hier sehen dieser lange vorderwagen natürlich die beiden bmw nieren das erkennungszeichen der fahrzeuge aus münchen so und dann sehen wir natürlich hier diese luftschlitze luftschächte damit für eine ordentliche durchlüftung vom antrieb gesorgt ist uns natürlich hier diese sicken die sie hier sehen viele konvexe und konkurren formen da steckt noch so ein bisschen vom bekannten bmw designer guru von chris bengel mit drin und das ergibt halt eben den gesamteindruck eines klassischen roadsters aus dem hause bmw aus der z-serie zu dieser z-serie möchte ich ihnen nachher noch ein bisschen was erzählen bleiben wir zunächst einmal hier beim bmw z4 der wie gesagt ein gemeinschaftsprodukt von toyota und von bmw ist der 2.0 den wir hier jetzt haben der z4 s drive 2.0 das ist quasi der einstieg in die roadster welt von bmw unter der haube arbeitet ein vier zylinder turbo zwei liter hubraum 197 ps das heißt der ist schon flott unterwegs aber der ist nicht übermäßig motorisiert und dazu werden wir aber nachher noch ein bisschen was an fahreindrücken wieder geben zunächst mal hier noch ein bisschen was zu den technischen daten drehmoment 320 newtonmeter bei 1450 umdrehungen und das ganze die kraft wird übertragen von einer achtgang automatik jetzt werden viele autofahrerinnen und autofahrer sagen roadster ist eigentlich nicht so sehr für für eine automatik vorgesehen beim roadster da schalte ich gerne da habe ich lieber das manuelle getriebe aber auch dazu ist vorgesorgt es gibt auch noch einen komplett manuellen also der hat dann ein manuelles sechsgang getriebe aber hier besteht hat die möglichkeit am achtgang an der achtgang automatik auch noch mit manuellen peddeln die gänge einzulegen das heißt quasi eine halbautomatik dann in diesem in diesem fall ja dann natürlich noch ein bisschen was zur linienführung ein zweisitzer ein zweisitziges cabriolet der lebt natürlich von dem was er optisch aussagt und wenn sie also sehen hier geht es also jetzt los mit den schlitzen für die luftführung dann hier runter diese elegante führung bis hier oben rauf die betont also das kräftige heck noch mal hier und das ist also alles ein bisschen puristisch gemacht also das sind nicht sehr viele ecken und kanten wieder reingebaut alles sehr sehr puristisch gemacht gibt zieht sich hier rüber bis in den radkasten rein und dann hier in diesen kleinen angedeuteten enden würzel diesen heck würzel da rein also das ist alles sehr sehr kompakt wirkt sehr dynamisch aber auch in seiner schlichten einfachheit ist es einfach ein gelungenes zusammenspiel der von der formen man sieht es hier hinten darüber fällt es dann noch mal ab fällt hier in dieses stark nach unten sich wölbende teil und bmw hat wirklich wert darauf gelegt nicht zu viel ich sage jetzt mal zu viel heck zu machen beim design sondern ein schlichtes kompaktes sehr kräftiges dynamisches design konzept hier auf die beine zu stellen aber das schönste natürlich bei einem roadster ist was das ist das wenn das dach auf ist und genau das wollen wir ihnen jetzt auch mal zeigen denn ein cabrio an roadster der lebt natürlich dann wie eine frischluft hat so liebe zuschauerinnen und zuschauer wir sind also jetzt unterwegs hier in in der südlichen eifel zwischen ja führen zwischen dem flugplatz führen und naurat dirscheid und ich wollte ihnen ja ein bisschen was über dieses fahrzeug erzählen fangen wir doch mal mit dem mit dem interieur an das ist natürlich ja wie immer bei bmw und bmw ist ja ein premium hersteller ist natürlich alles sehr hochwertig leder es gibt optional gibt es also eine voll leder ausstattung das heißt die besitze sind dann auch voll klimatisiert voll beheizbar und dann gibt es natürlich hier dieses ipad mit dem man also sämtliche dinge einstellen kann wie media map navi und klima was halt dazu gehört was ich sehr gerne habe das ist natürlich hier vorne dass das head-up display es gibt leute die sagen mich stört dass mich stört nicht und es ist wie immer bei bei deutschen fahrzeugen ganz allgemein man kann also anhand der aufpreisliste kann man sein fahrzeug figurieren selbst und wenn man also hier ein paar scheine oder ein paar scheine mehr in die hand nimmt dann kann man dieses fahrzeug also schon ja um einiges teurer machen apropos teurer wenn wir schon beim preis sind dieser z4 mit dem vierzylinder turbo es ist so quasi der einstieg in die roadster welt von bmw und da sind wir bei einem einstiegspreis von 42.500 euro aber je nachdem was man da also noch alles haben möchte kann man da leicht richtung 60.000 euro kommen was heißt eigentlich setzt die z baureihe bei bmw begann in den späten 1980er jahren z steht für zukunft und bmw begann damals mit dem z1 und der zeichnete sich also durch zwei parameter aus die ganz ungewöhnlich waren das war also zum einmal eine kunststoff karosser also man legte damals schon wert darauf gewicht zu minimalisieren und damit also auch den den verbrauch zu senken und das interessanteste war bei diesem fahrzeug das waren die versenkbaren türen ich kann mich also noch gut daran entsinnen als bmw der internationalen presse dieses fahrzeug damals vorgestellt hat wir sind dann irgendwo nach italien geflogen und als ich dann mit dem kollegen unterwegs war und sich auf einmal die türen senkten da dachte ich also erst an einen technischen zwischenfall aber das war dann nicht der fall dieser bmw z1 der wurde nur zwei jahre gebaut bis 91 und dann kam der nachfolger jetzt wird es ein bisschen dunkel hier wir fahren jetzt in den wald rein richtung dirscheid dann kam der nachfolger das war der z3 der bmw z3 bekannt wurde diese z baureihe natürlich durch mr 007 james bond james bond fuhr also bmw z und vor allen dingen er fuhr diese letzte ausbaustufe den bmw z8 das cabriolet als solches ich will nicht sagen es hat ausgedient aber es gibt immer mehr hersteller die sich eigentlich vom cabrio und insbesondere vom zweisitzigen roadster verabschieden es gibt natürlich noch audi mit mit dem tt aber audi stellt die tt baureihe ja auch ein und dann gibt es dann natürlich von mazda den den mx5 der kam übrigens im gleichen jahr auf den markt wie damals der bmw z1 das war 1989 also das verbindet diese fahrzeuge so ein so ein bisschen mit miteinander roadster fahren ist natürlich etwas was spaß macht roadster fahren da muss man ich sag mal wie die da da müssen die die nieten von der jeans die müssen ein bisschen funken schlagen sage ich immer etwas übertrieben es gibt nichts schöneres als auf einer landstraße einer kurvigen landstraße dann die die gänge zu sortieren die gänge zu wählen im drehmoment karussell zu spielen und das ist einfach das was was rooster fahren aussagen jetzt fahren wir aus heidweiler raus richtung zimmer und hier kommen wir jetzt auf so eine typische landstraße rooster fahrrad spaß macht und hier kann ich jetzt wie sie sehen hier mit dem peddeln hier kann ich also runterfahren runterschalten und jetzt 1234 gänge zurück und das ist das was rooster fahren ausmacht deswegen habe ich ja auch persönlich so ein bisschen eine affinität zu dieser z baureihe ich bin also vom z1 innerhalb der letzten 30 jahre alles gefahren habe sogar den den z8 gefahren kann mich erinnern damals diesen z8 den hatte ich als die trierer handballerin die die wurden damals deutsche meister und da haben wir damals aufnahmen gemacht mit dem bmw z8 und sonst der der deutschen meistermannschaft so wir fahren jetzt noch ein bisschen hier in die eifel richtung speicher aber wir möchten ihnen natürlich liebe zuschauerinnen und zuschauer auch noch etwas zu den technischen daten erzählen zum motor zum triebwerk zum getriebe aber dafür müssen wir die motorhabe natürlich aufmachen und dafür gehen wir uns jetzt ein schönes plätzchen suchen dann das gleiche so liebe zuschauerinnen und zuschauer hier sehen sie jetzt ich hätte fast gesagt das wunderwerk der antriebstechnik aber das ist es natürlich nicht wie natürlich überall bei den modernen fahrzeugen hinter einer großen kunststoff verkleidung ist jetzt natürlich alles noch ein bisschen heiß von der fahrerei ist natürlich alles abgedeckt wie gesagt also ein vierzylinder bmw twinpower arbeitet hier drunter 197 ps und hubraum knappe zwei liter als option gibt es natürlich den bmw typischen reihen sechs zylinder und der hat dann drei liter hubraum bmw typisch natürlich der hecktriebler und ich rate also ganz bewusst nicht dazu hier die die assistenzsysteme die elektronischen helfer auszuschalten aber wer ein bisschen affin ist damit und die gelegenheit hat irgendwo zu fahren wo also kein öffentlicher verkehr ist es macht also mit sicherheit mit einem hecktriebler fahrzeug sehr viel mehr spaß wenn kann kein esp eingeschaltet ist so liebe zuschauerinnen und zuschauer das war unsere fahrt unser ausflug in die südliche eifel wir stehen jetzt hier in der nähe von spandalen speicher das war unsere fahrt mit dem bmw z4 s drive 2.0 aber wir haben natürlich noch viele schöne andere fahrzeuge für sie ich bedanke mich für ihre aufmerksamkeit fürs zusehen fürs zuhören hoffe sie hatten ein bisschen spaß und genießen unsere aufnahmen beim offenen kanal trier und natürlich auch im automobil blog von charlis autos dankeschön und tschüss